Dramatische Bilder hat die Überwachungskamera eines Einfamilienhauses in Niederkaufungen eingefangen. Ein Rehbock verirrt sich auf die Terrasse, verwechselt die Abdeckplane des Swimmingpools mit festem Untergrund und stürzt ins Wasser. Fast schafft es das Tier noch, den gegenüberliegenden Beckenrand zu erreichen, doch schließlich geht es mit der Plane unter. In seiner Panik verfängt sich der Rehbock in den Halteseilern der Abdeckplane. Irgendwie schafft er es aber, sich daraus zu befreien. Die Plane erschwert es ihm immer wieder, sich über Wasser zu halten. Die Leiter des Pools ist für das Tier zu steil, auch hier gelangt es nicht hinauf auf festem Untergrund. Minutenlang schwimmt das Reh um sein Leben. Zu seinem Glück sieht das die Hausbewohnerin. Sie ruft einen Nachbarn zu Hilfe und der fackelt nicht lange. Er fasst den Bock an dessen Hörnern und zieht ihn hinauf. Was nun nicht mehr auf den Aufnahmen zu sehen ist, mit der Hilfe eines weiteren Mannes wird das Reh in ein Netz gelegt. Die beiden Retter tragen es in den Wald, der nur ein paar Meter entfernt ist, und entlassen es in die Freiheit. Verletzt wurde es nicht. Doch vergessen wird es den Schrecken so schnell wohl nicht. Schrecken so schnell wohl nicht. Schrecken so schnell wie es wird das Reh in den Waldiejau, der die gleichzeit ist. Schrecken so schnell aus dem Rennen. Schrecken so schnell wie es auf den Boden gelegt hat. Vielen Dank.